Ja, das war der erste Gedanke. Wenn man nicht mehr spritzen darf, dann ist man eigentlich schon Bio. Dann ist noch die Frage von Düngung. Düngung kann man mit organischen Düngern lösen. Und dann habe ich gedacht, dann sind wir Bio, dann haben wir bessere Preisen. Und dann können wir das produzieren mit weniger Erträgen. Wenn wir dann weiter überlegt haben, haben wir gesagt, dann machen das auch alle. Also, es gibt dann keine Biomerit mehr. Der Biomerit wird zusammengefallen, weil alle biologische Produkte produzieren. Weil fast keine Differenz mehr ist, wie heute zwischen konventionell und Bio. Das ist absolut eine Option. Aus heutiger Sicht, wenn ich aus dem Betrieb leben muss, würde ich heute zählen, Ausstieg aus den Direktzahlungen wirklich intensiv produzieren und schauen, mein Einkommen mit den Produkten zu generieren. Bis die Trinkwasserinitiative ernährt, um zur Anwendung zu kommen für acht Jahre. In diesen acht Jahren kann sich natürlich viel wieder ändern. Vielleicht ist dann die Überlegung anders, dass man sagt, ich würde den Betrieb lieber extensivieren. Wir machen nochmal ganz einfache Kulturen. Das heisst, keine Zuckerrübe mehr, keine Herdöpfel mehr, Getreide, Mais. und suchen vielleicht einen ebenen Wert dafür. Ja, wir könnten alle Ausgleichsflächen, die extensiven Wiesen, die wir jetzt haben, wieder unter den Pflug nehmen, wieder bebauen. Wir würden keine Strassenrändchen mehr machen, wir würden wieder bis draußen eine Kulturen machen. Wir könnten bei den Spritzmitteln eine grössere Anzahl Spritzmittel brauchen. Wir könnten mehr Spritzen von denen. Wir wären nicht eingeschränkt durch irgendwelche Vorgaben durch den ÖLM. Ja, es wäre einfach schade. Wir haben in den letzten Jahren die Landwirtschaft von mir aus grosse Fortschritte gemacht. Auch wir haben das hier gemacht. Wir haben uns mit diversen Förderprogrammen angeschlossen. Wir haben Grünstreifen gemacht. Unser Betrieb hat 1,5 Kilometer Grünstreifen. Wir haben Gryphosat reduziert von 63 auf 16 Liter innerhalb von zweien Jahren. Wir bauen den Weizen an, herbizidfrei. Aber das haben wir alles gemacht, weil es ein Anreizprogramm gibt. Vielleicht auch ein bisschen aus persönlicher Herausforderung heraus. Und auch im Wissen, dass wir etwas Gutes für die Ökologie tun, dass die Gesellschaft das von uns fordert. Und jetzt die Trinkwasserinitiative ist einfach extrem. Es wäre eine Keule für uns, für die Landwirtschaft. Es würde alles auf den Kopf stellen. Und wenn das viele Betriebe so machen wie ich, dann wieder voll produzieren, dann wäre es ein grosser Rückschritt für die Ökologie.